So, jetzt wird es richtig spannend, weil ich bin zu McDonalds gefahren und mein Auto geht nicht mehr an. Ich habe schon den ACAC gerufen. Bin mal gespannt, ob da noch ein neuer kommt, weil da oben steht auch irgendwo ein ADAC und hilft jemandem. Vielleicht das dasselbe. Na, vielleicht muss ich warten. Aber wir haben ja 20 Chicken McNuggets, Süß-Sauer- und Mayonnaise. Ja, lustig, lustig, tralala. Bin mal gespannt, ob ich heute nochmal wegkomme. Ja, jetzt haben sie meine Kiste abgeschläppt.